Und damit herzlich willkommen zu einer neuen Podcast-Folge mit dem Jonathan. Moin moin. In alter Frische würde ich mal sagen, ne? Ja, in alter Frische, ne? Endlich geht's wieder weiter. Ja, ihr habt darauf gewartet. Zumindest habe ich von jemandem eine Rezension gekriegt, dass er gerne wieder eine Podcast-Folge sehen würde. Und es hieß, mach weiter. Ja, wir sind dabei. Am Ball. Am Ball. Gut, was haben wir heute? Ja, wir haben die nächsten zwei Folgen Bad Batch, Folge 4 und 5. Genau. Ja. Ja, speechless ein bisschen. Ganz lindig gesagt. Ja, also was heißt speechless, aber... Ich fand sie tatsächlich sehr viel besser als Folge 2 und 3. Definitiv. Also um Längen. Dafür einen Daumen hoch, würde ich mal sagen. Daumen hoch für Disney. Endlich haben sie was Gutes hingekriegt. Nein, natürlich kriegen die auch gute andere Sachen hin. Aber ich fand die Folgen richtig gut, die beiden Folgen. Vor allem die fünfte Folge fand ich sehr, 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 sehr gut. Ja, also ich muss sagen, die fünfte Folge hat mir auch sehr, sehr gut gefallen. Die vierte auch, muss ich sagen, auch mit Fennec Shen. Fand ich sehr interessant. Ähm, und gerade so die fünfte war doch ganz cool, also durch die Backstory, so, die man hatte zu Fennec. Mhm. Fucking Bib Fortuna. Ja. So, also... Aber ich glaube, da gehen wir ein bisschen später drauf ein, weil das ist die letzte Folge, die wir besprechen. Also, wenn ihr das hören wollt, bleibt noch dabei, hört es euch später an, es kommt noch dazu. Ähm, wir werden erstmal über die vierte Folge reden. Und... Aber so. Ich hab schon vorher zu Jürgen Nathan gesagt, es wird ein bisschen schwierig, das alles so ein bisschen durchzugehen. Und wir nehmen einfach die Erinnerungen, die wir noch haben und hauen das in so einem Puzzle zusammen. Sowas. Ja, also ganz simpel angefangen. Sie landen auf... Ach, ich hab's eben noch... Pantora müsste das sein. Pantora, genau. Ja, doch, das ist richtig. Wie gesagt, ihr könnt uns gerne alle korrigieren, Instagram und so, alles in der Podcast-Beschreibung drin. Natürlich immer. Nee, aber sie landen auf Pantora, ich bin der Meinung. Und werden ja erstmal... Warte, 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 warten Sie bitte. Ich möchte da einen kurzen Einwand geben. Und zwar kennen wir Pantora schon. Also nicht den Planeten selbst, sondern diese Rasse von der Spezies, diese blauen Typen. Kleines Funfact Easter Egg in Episode 3 sehen wir den Minister oder so von Pantora selber und das ist George Lucas. Der wird von George Lucas gespielt. Ah, okay, das ist cool. Das ist mir... Doch, ja, jetzt wo du es sagst. Und auch, kannst du dich noch in Clone Wars an diese Schneeschlacht erinnern mit diesen Yetis und diesen Rüsseln? Ja. Das ist... Da haben doch auch diese Pantorianer gekämpft. Das ist richtig, ja, stimmt, ja. Gut. Also die Rasse kennt man, aber den Planeten kannte man jetzt noch nicht. Genau, ja. Genau, auf dem Planeten landen sie ja, werden erstmal schön gut willkommen geheißen, auf einem nicht so noblen Planeten, sag ich mal, und dürfen erstmal schön Schmiergeld bezahlen, um trotzdem verarscht zu werden. Und werden ja an Fennig Schäf verraten. Genau, die landen da in dieser Landebucht und dann geben die halt die Credits an diesem Schiffswart ab oder so, an diesem Beauftragten, dem dieser Landeplatz gehört. Und dann, laut der letzten Folge, war ja irgendwie ein Teil vom Antrieb kaputt oder so, irgendein Teil vom Schiff war kaputt. Und, ähm, ich meine, Wrecker und Tech zusammen, also die beiden zusammen im Duo, reparieren das Schiff, während die anderen in die Stadt gehen und, äh, da glaube ich, auch ein bisschen nach Nahrung suchen und nach Credits, also um wieder Credits reinzuhauen, da irgendwie so. Genau. Und da haben wir dann halt... Sie wollen Sachen verkaufen und, äh, dafür dann halt Lebensmittel und sowas, ähm, kaufen, genau. Dann kommen wir zu deiner sehr, sehr tollen Szene. Terradroide. Genau. Äh, Hunter verkauft Echo. Fand ich doch ganz lustig eigentlich. Moralisch. Schwierige Sache. Aber, äh, fand ich doch ganz lustig. Vor allem, als Echo dann so sagte, ja, aber nicht für 2000, ich bin mehr wert. Ja. Ganz lustig. Aber, das fand ich irgendwie... Es war mal was Neues. So. Ja, irgendwie schon. So, vor allem... Vor allem so ein bisschen der Humor. So, das war ja wirklich einfach nur Humor, Slapstick. Ich würde... Ja, doch, ich würde schon sagen Slapstick. Einfach die Aussage, ja, ich bin mehr wert. Aber es hatten wir bis jetzt noch nicht so, finde ich, in Bad Batch. Nee, gar nicht. Also, bis jetzt so einfach so stumpfen Slapstick-Humor hatten wir bis jetzt noch gar nicht. Und ich muss sagen, äh, mir würde es gefallen, wenn wir davon ein bisschen mehr sehen würden. Tatsächlich. Das würde mir absolut gefallen, bin ich ganz ehrlich. Ja, vor allem, weil die Serie mehr düster ist. Und nebenbei auch dieses... Ah, wir müssen jetzt FSK 6 aushalten. Ja. Das ist halt echt schwierig. Die pendeln zwischen diesen beiden. Es gibt nie diesen... Alla Star-Wars-Humor oder Alla Marvel-Humor, wie wir den kennen. Ja, das ist halt, finde ich, das große Problem, dass sie so in diesem düsteren Szenario alles stattfinden lassen wollen. Aber du hast halt währenddessen dieses FSK 6 so. Und es gibt ja so allein halt die Szene mit dem Flammenwerfer oder ähnliches sind meiner Meinung nach schon echt hart an der Grenze. Oder wo er den einen Kollegen da erschießt, also der zu seinem Trupp gehört, wo Crosshair den... Ja. Also... Exekutiert. Ich glaube, das war die dritte Folge. Ja, war die dritte Folge. Ja, dritte Folge, ja, genau. Ja. Ja, das finde ich halt schon hart an der Grenze, so. Aber dann hast du wieder diese Momente, wo du echt merkst, okay, das ist gerade FSK 6, das ist für Kinder gemacht, legit. Finde ich irgendwie schwierig und es ärgert mich ein bisschen, weil die Qualität der Serie... Nicht die Qualität, aber... Sie leidet ein bisschen darunter, dass sie pendeln muss, weißt du? Ja. Also sie muss, die Serie versucht mehrere Altersgruppen zu befriedigen oder halt anzusprechen. Ich denke mal, dass die Post-30-Jährigen schon gar nicht mehr dabei sind. Die werden schon gar nicht mehr angesprochen, weißt du? Also da glaube ich... Ja, so nur die Hardcore-Fans. Die Hardcore-Fans einfach nur noch. Oder halt solche wie in unserem Alter oder da drunter. Ja. Ja, definitiv. Also, ja, das ist halt echt schwierig. Aber, um zur Folge zurückzukommen. Ähm, Omega rennt mal wieder irgendwo durch die Gegend, obwohl sie nicht weglaufen sollte. Und wird dann von Fennec Shand gefunden. Und das fand ich dann, ja, genau das, was ich gerade meinte. Dieses Schwingen zwischen Düster und FSK 6. Weil die nachfolgende Szene mit Fennec, wie sie so ein bisschen mit ihr umgeht und so, sehr nett und alles. Klar, sie ist ein Kind. Omega ist ein Kind. Aber dennoch hat man da so ein bisschen den Vibe bekommen, okay, die ist gerade so nett, weil es halt eine FSK 6 Serie ist. Das dachte ich mir ja die ganze Zeit, das habe ich dir ja auch gesagt gehabt, dass sie da versuchen, so diese Balance zu finden, weißt du, und dann Fennec als total netten und charismatischen Charakter da einzuführen, wie wir sie eigentlich in der Hinsicht gar nicht kennen so richtig, weißt du? Nein, ich würde sagen, als charismatischen Charakter kennen wir sie auf jeden Fall. Das schon, aber so total nett würde ich jetzt nicht sagen. Das war nämlich Spiel am Platz, genau. Da war ich nämlich auch sehr irritiert. So eine nette Fennec, das passt halt nicht. Aber dann ist das, was ich gerade sagte, Omega ist halt ein Kind. Ja. Und so, das macht das Ganze halt auch nochmal ein bisschen begründet, muss man sagen. Das begründet das Ganze auf jeden Fall. Und ja, die Folge nimmt dann ihren Lauf, Fennec und Omega werden von Hunter gefunden und daraufhin flieht Hunter, genau, flieht Fennec. Genau, da gab es so ein kleiner Showdown dazwischen. Jetzt läuft es gerade bei mir. Jetzt flieht Omega und Fennec folgt, so, nachdem die den kleinen Showdown hatten. Der, muss ich sagen, sehr cool war. Der war sehr geil inszeniert. Vor allem, weißt du, was mich da irgendwie wieder so ein bisschen, da kam irgendwie wieder dieses Falcon and the Winter Soldier aus mir raus, so. Dass man erst am Anfang denkt, yo, der Mann, der haut die richtig um. Nein, die Frau hat die mal umgehauen, weißt du? Ja, ja. Sowas so, also klein symbolisch jetzt da gesehen, okay, ja, kann man so machen, aber. Ich muss sagen, die, die, die folgende, ähm, Verfolgungsjagd, ist es ja eigentlich schon, äh, fand ich nicht so awesome. Also ich hätte einen direkteren Konflikt oder so cooler gefunden. Auch dieses gestagete, Hunter kämpft gegen Fennec, Omega rennt weg. Hunter wird von Fennec kurz, äh, niedergemacht. Fennec rennt Omega hinterher. Dann trifft Fennec auf, auf Wrecker, haut Wrecker um, folgt Omega, die sind dann in da, äh, im, äh, im Luftverkehr. Genau. Und Hunter ist wieder dabei. Das fand ich, das fand ich echt cool mit dem Luftverkehr. Ja, es ist im Luftverkehr auf jeden Fall, aber was mich halt so geschaut hat, war dieses gestagete. Hunter, dann ist Hunter weg, dann kommt Wrecker. Ja. Dann ist Wrecker weg, dann kommt Hunter wieder. So, du hast nicht dieses, die Bad Batch agiert als Team. Sondern diese stufenartige. Sondern du hast gegen gestagete. Genau. Und das ist, und das hat mich geärgert, weil anders hätte Fennec wahrscheinlich auch nicht eine große Chance, so. Aber es hat mich ein bisschen gestört, weil die Bad Batch war ja bis jetzt immer ein Team. Und da haben sie nicht groß als Team agiert, leider. Und das fand ich ein bisschen schade. Ähm, ja, die folgenden Szenen im Luftverkehr, da kannst du ja gerne mal anfangen. Ja, also, so hundertprozentig genau kann ich mich da jetzt nicht mehr dran erinnern. Aber auf jeden Fall haben wir da so eine Verfolgungsjagd a la Episode 2, wie wir das kennen, wo Obi-Wan und Anakin, ähm, in der Hinsicht mit diesen Speedern da, äh, Sam Wessel oder wie die heißt. Ich glaube, Sam Wessel. Oder Weasel, wie man die ausspricht. Keine Ahnung. Ähm, halt verfolgt. Die Gestaltmannslerin. Genau. Und genau dasselbe hatten wir im Endeffekt auch. Bloß neu interpretiert viel, ähm, hektischer fand ich. Also auch viel tiefgründiger. Man hat sich viel mehr Zeit dafür genommen, als in Episode 2 von Attack of the Clones, finde ich. Ja, es war halt mehr als nur stumpfes Hinterherfahren. Und vor allem die neue Meme der Truckerfahrer mit dem Headset auf. Was hört er denn? Schreibt es uns gerne in die Kommentare. Hört er die Cantina Band oder vielleicht doch was anderes? Schreibt es gerne in die Kommentare. Äh, gut. Ja, aber die ganze Verfolgung hatte dann doch, also im Luftraum hatte dann eine gewisse, ja, keine Tiefe, aber es ist mehr, mehr, ja, es ist was passiert. Es war halt nicht so wie in Episode 2, wo es halt einfach wirklich ein stumpfes Hinterhergefahre war, ja, im Endeffekt. Sondern du hast Fennec, die, äh, vom, vom Laster fällt, nachdem Omega, äh, den nach hinten gekippt hat. Du hast Hunter, der versucht hinterherzukommen, den Speeder klaut. Dann Fennec, die, 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 die Polizisten erschießt. Hunter, der wieder rankommt, die... Genau, die Polizisten. Perfektes Thema. Da haben wir ein, ein, ein Soundflashback. Also, wenn ich, ja, wenn ich es könnte, würde ich den Sound gerne einblenden, aber dafür bin ich zu unerfahren mit MP3-Dateien bearbeiten. Aber, schaut es euch einfach nochmal an, diese Sirene, an was erinnert es euch? Mich erinnert es einfach an Clone Wars, sowas von. Ja, auf jeden Fall. An die Coruscant-Verfolgungsjagd hin. Ja, ja, allgemein alles mit der Polizei auf Coruscant, diese Sirene, Alter. Ja, aber auch wie die Polizisten sterben, muss ich sagen, fand ich schon wieder sehr grenzwertig für FSK 6. Also, er kriegt einen Schuss in die Brust. Okay, aber er nimmt den anderen mit. Aber auch dieses Detailreiche, weißt du? Explodieren in der Hauswand, ja, das sowieso. Aber ich muss halt sagen, so einen Schuss in die Brust finde ich noch okay. Aber dass die jetzt so quasi zusammen in die Wand gerissen werden und explodieren, finde ich schwierig in FSK 6. Ja, vor allem auch, wenn man das jetzt so vergleicht. Rebels ist FSK 12. Dann haben wir Bad Batch ist FSK 6. Also irgendwie offiziell. Rebels ist für mich in den ersten zwei Staffeln ziemlich kindlich, obwohl es FSK 12 hat. Bad Batch haut in der ersten Staffel schon einen großen raus, ist aber FSK 6. Also ich finde es ja nicht schlimm, wenn die einen großen raushauen. Das sage ich ja jetzt nicht, aber ich verstehe diesen FSK-Kontrast nicht, was sich die Leute dabei gedacht haben. Ja, stimme ich dir zu 100% zu. Finde ich auch ganz, ganz schwierig. Kann man, glaube ich, auch viel zu interpretieren, definitiv. Aber... Bestes Beispiel ist, glaube ich, einfach Falcon and the Winter Soldier. Was Marvel sich da auf einmal alles getraut hat auch. Ja, das sowieso. Das war mega. Aber ich weiß nicht, meinst du, dass Disney traut sich dadurch jetzt quasi mehr in geringeren Altersstufen? So, aber... Ich glaube, sie wollen einfach versuchen, so viel wie möglich rauszuholen. Ein gutes Beispiel wäre auch der Venom-Film von Sony, der richtig grenzwertig war. Wo du Knochen raussplittern gesehen hast, wo du wirklich Fleischwunden gesehen hast und der Film hat auch noch drauf gefilmt. Stimmt, der war noch ab 16, ne? Der war ab 12. Der war ab 12? Und das war ja so grenzwertig. Wow. Okay, das hätte ich jetzt nicht erwartet. Aber, um zurück zur Verfolgung zu kommen. Wir haben die Explosion, die wir, wo wir uns auch nicht einig sind, schon hart an der Grenze von FSK 6 ist. Die Explosion der Polizisten. Und daraufhin zerstört Hunter die Triebwerke von Fennecs Fahrzeug, was sie geklaut hatte. Und dann rettet er Omega. Ich glaube, so war das, ja. Und Fennec stürzt ja sozusagen dann ab, beziehungsweise kann sich ja noch per Salto runterretten auf dem Boden. Humpelt noch ein bisschen. Dann hat er den Sprengsatz auf das Fahrzeug geworfen. Ja, Fennec landet halt auf dem Boden, humpelt dann noch ein bisschen, schau dann da irgendwie in die Luft, während die anderen da wegfliegen. Während all das passiert, haben wir den Mini-Echo-Arc, den ich eigentlich ganz lustig fand, mit den Droiden. Er wurde ja als Droide verkauft und nimmt dann die anderen Droiden im Lager mit, um das Schiff fertig zu reparieren, weil... Tech und Wrecker... Nee, doch. Tech und Wrecker reparieren das Schiff. Nee, genau. Nee, 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 nee. Und Wrecker geht ja los, um Omega zu retten. Und Tech geht ins Schiff, um über die Überwachungskameras der Stadt der Bad Batch zu helfen, Omega zu finden. Stimmt, ja. Weshalb Echo dann ja mit den Droiden zum Schiff geht, um das Schiff fertig zu reparieren. Genau. Das Ganze passiert ja während der ganzen Verfolgungsjagd. Waren auch ein, zwei lustige Dialoge, muss ich sagen. Also, und das war dann aber auch schon wieder die Folge, so nachdem Hunter rettet Omega und sie sind gekommen. Ja, ganz kleiner Ausschweifer noch, beziehungsweise ans Ende der Folge, wo wir Fennec nochmal sehen, wie sie diesen Platzwart, also Schiffwart, da die Credits gibt und dann daraufhin ihn nicht tötet, was wieder loyal und nett und charmant und da gibt es so viele Begriffe für eigentlich, ist. Und dann daraufhin kontaktiert sie jemanden per Comlink und Leute, wer ist es? Schreibt es gerne in die Kommentare per YouTube. Ich denke, es sind die Kaminoaner. Ja, vor allem, warum sollten wir Fennec schon in den Trailern auf Kamino gesehen haben? In den Trailern haben wir sie nämlich schon mal auf Kamino gesehen gehabt und es macht für mich keinen Sinn, wenn man jetzt Boba Fett ins Boot holen würde, vor allem, weil das für mich plottechnisch mit Mandalorian einfach No-Go wäre und ich würde es einfach schade finden, weil für mich hat Boba Fett Fennec Shand einfach unbewusst auf Tatooine entdeckt. Naja, die genaue Hintergrundgeschichte kennen wir ja auch nicht, muss man ja ehrlicherweise sagen. Ja, Bock auf Boba Fett, da wird es dann wohl sein. Werden wir sehen, aber wir wissen halt nicht, ob sie sich vorher schon kannten. Wir wissen, dass er sie gerettet hat, aber vielleicht hat er sie ja gerettet, weil er sie kennt. Und Boba Fett war nun mal einfach ein Kopfgeldjäger der Gilde und da ist es gut möglich, dass er Fennec kennt. Das ist ja, oder er hat es schon mal von ihr gehört, es sind alles Möglichkeiten. Aber ich stimme dir zu, dass ich es, ich würde es auch nicht so wirklich toll finden, wenn die jetzt schon in Bad Batch zusammen agieren, so wie wir es aus Mandalorian kennen, weil das würde diese ganze Magie wegnehmen, finde ich, die wir in Mandalorian gesehen haben. Aber vielleicht wäre es, also ein Boba in Bad Batch zu sehen, würde ich doch sehr cool finden. Das würde ich auch cool finden, vor allem diese Lost Arcs dann wieder zurückzuholen. Also es gab nämlich ein Boba Fett Arc, wo er seine Delle kriegt und Cad Bane erschießt. Stimmt, stimmt. Und dass man den nochmal rebooted, weil es gibt unfertiges Material, aber das war zu Clone Wars Zeiten gedacht für Staffel 7, damals noch. Und für Staffel 8, weil damals sollte es auch noch eine Staffel 8 geben, weil Lost Missions ist im Endeffekt keine Staffel mehr geworden. Und ja, ich habe aber noch ein kleines Gerücht für Book of Boba Fett und zwar soll die Serie etwa 6 Staffeln haben. Das ist ambitioniert. Ja. Aber wir haben ja auch noch nichts bestätigt, das leider, ne? Genau. Aber dazu wird es auch noch irgendwie Podcast-Folgen geben, höchstwahrscheinlich. Ja, werden wir mal gucken, aber ich denke auch. Aber um zurück zum Thema Boba zu kommen, zumindest im Clone Wars bzw. Bad Batch Universe, man könnte halt allgemein seinen ganzen Arc weiterführen, weil durch Clone Wars hat er uns ja begleitet, als kleiner Bubele. Ja. Haben wir ihn immer wieder gesehen. Und es wäre interessant, ihn jetzt nochmal zu sehen. So, aber halt auch wirklich mit ein bisschen mehr Tiefe und nicht so, ja, die OG-Trilogie von Star Wars mäßig, er steht still am Rand und sagt zwei, drei Wörter. So, sondern wirklich als agierender Charakter, der er auch ein bisschen Tiefe kriegt. Das fände ich sehr cool. Ja, vor allem, dass man dann vielleicht erfährt, wie er zu dem berüchtigten Kopfgeldjäger geworden ist. Genau. Und das, denke ich, ist Book of Boba Fett. Da wird es, glaube ich, Flashbacks geben. Vielleicht, wie er aus dem Sarlacc entkommen ist. Aber das ist alles so Wunschdenken und da möchte ich noch nicht viel hier sagen, weil wir noch viel geplant haben für den Podcast. Und ich denke mal, dass da irgendwie ideentechnisch noch was mit reinfließen könnte, was da erwartet wird. Ja, wir müssen, was wir natürlich nicht noch sagen können, ist, dass es uns leid tut, dass jetzt letzte Woche kam ja nichts. Das letzte ist ja schon zwei Wochen her. Einfach, weil, muss man ja so sagen, Schule momentan wieder andläuft. Und das macht das Ganze einfach zeittechnisch ein bisschen schwieriger. Ja, deswegen nehmen wir das auch gerade am Abend auf, in der Hinsicht. Genau, sonst haben wir es immer morgens machen können. Jetzt geht es halt leider schwieriger. Darum nochmal eine Entschuldigung von uns beiden. Wir versuchen uns ranzuhalten und arbeiten dran, das alles besser zu managen. Wenn ihr Instagram gesehen habt, habt ihr es ja wahrscheinlich schon noch. Kleiner Sneakpick. Episode 1. Es kommt bald eine Review als Podcast. Habt ihr von mir nicht mitgekriegt. Ich weiß gerade nicht, wer das war, der das gesagt hat. Ja, genau. Dann springen wir mal zur nächsten Folge, würde ich sagen. Ja, die nächste Folge. Also, hat mir sehr gut gefallen. Und dann können wir den Podcast auch beenden. Ja. Nein. Nein. Die Parallelen. Diese Folge ist gut. Sie ist gut. Ich weiß, was ich vorher gesagt habe, dass sie scheiße ist. Aber jetzt, wo ich drüber nachdenke. Vergib mir Bad Batch Gott. Diese Folge ist echt gut. Also, allein, so, sie reisen nach Ortmantel. So, als ich das mitgekriegt habe, war ich schon so, oh, Ortmantel, cool. Bin ich sehr gespannt. Und dann fand ich es interessant. Warte mal, warte mal, warte mal. Ortmantel, ist das nicht sogar ein SV Tor oder so? Ja, ich glaube ja. Ich meine schon. Ja, ich dachte jetzt, dass du da irgendeinen Input hättest oder so. So, frag mich nicht. Ich habe nur irgendwie zwei Wochen Spielzeit auch in dem Game. Keine Ahnung. Nein, sie reisen nach Ortmantel. Doch, ich glaube, es ist ein Game. Aber das ist ja ein anderes Thema. Sie reisen nach Ortmantel zu einem Jedi-Informanten, von dem Echo gehört hat. Und das finde ich ein bisschen plattoll. Ich weiß nicht, wie du das siehst. Jedi-Informant? Das habe ich gar nicht mitgekriegt. Ja, das wird... Da war ich im Halbschlaf heute Morgen noch. Um neun Uhr. Oh Mann. Nein, sie reisen ja zu Sid. Sid? Ja, Sid, glaube ich. Einem Jedi-Informanten oder einer Jedi-Informantin. Das wird am Anfang gesagt. Und da sage ich mal so, es heißt, Echo hat es mitbekommen. Aber ich frage mich halt, wie? So, weil Informanten sind Informanten. Da plaudert man eigentlich nicht laut drüber. Das finde ich zwar, finde ich ein bisschen schade, aber, I mean, er hat es mitbekommen. Es ist gut für den Plot. Und dann fand ich, die Szene, wie sie da reingekommen sind, fand ich eigentlich echt lustig. So, sie kommen rein. Ja, ist Sid hier? Ne, Sid ist nicht hier. So, und Omega ist die Einzige, die reilt die Person, die sie angesprochen haben, was Sid. So. Das fand ich ganz lustig. Ähm, ja, und dann kriegen sie den Auftrag. So, jetzt würde ich nochmal wieder an dich übergeben. Ich weiß gerade nicht mehr, wie das Viech heißt. Da habe ich gerade echt keine Ahnung. Muci. 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 Ich habe immer Ochi verstanden. Ich dachte erst, boah, krass. Jetzt machen sie noch eine Parallele. Krass, jetzt holen sie noch Ochi wieder. Ja, das wäre cool gewesen. Muci, wie das Ding auch heißen mag. Muci, war es richtig? Ja, genau. Okay. Auf jeden Fall haben die ja diesen Auftrag gekriegt. Irgendwie Muci wurde da als Kind beschrieben. Also sind die davon ausgegangen, dass es auch ein Kind ist. Genau, sie sollen Muci ja retten, um Informationen über die mysteriöse Kopfgeldjägerin zu bekommen. Genau, Fennec. In der Hinsicht. Was sie ja noch nicht wissen, dass sie Fennec heißt und sowas. Ähm, und dann gehen die, glaube ich, Ort Mantell ist eine ziemliche Trümmerstadt. Also ein Teil auf jeden Fall davon, wo die hingegangen sind. Der war ziemlich... Sie gehen in die alte Ort Mantellstadt. Genau. Das sah für mich ein bisschen wie bürgerkriegsmäßig aus. Und vor allem musste ich da auch ein bisschen an Mandalorianer denken. Vor allem, weil Ort Mantell auch irgendwie eine gewisse Beziehung zu Mandalorianern hatte. Da, äh, die... Das... Der Planet, so. Auf jeden Fall kann ich mich da irgendwie noch dran erinnern. So ein bisschen. Oder... Habe ich damit irgendwie in Verbindung gebracht? Keine Ahnung. Ähm. Auf jeden Fall gehen die dann ja da durch diese Stadt. Und... Kämpfen die dann da schon direkt? War das so? Oder wie war das? Sie wollen... Sie wollen sich doch ranschleichen und werden dann... Genau ertappt. Als erst interessierte Fieder sie... Von diesem Flugfisch. Von Zigeria. Und... Kordava? Kordava? Wie der Planet auch hieß. Auf jeden Fall noch ein Sklavenplanet, den wir in dem Zigeria-Arc gesehen hatten von Clone Wars. Was ich cool fand, weil damals dachte ich nämlich, wo der Trailer rausgekommen ist, dass wir Zigeria als Planeten wiedersehen. Was mich mehr gefreut hätte, aber Ort Montel jetzt mal so visuell zu sehen, was wir noch gar nicht hatten auf der kleinen und sowohl großen Leinwand, finde ich verdammt cool. Und auch diese Parallelen, dass man wieder Clone Wars Bezüge macht, was viel, echt viel vorkommt in der Serie, was ja auch klar ist. Ja. Aber dann wird halt, wird dem Bad Batch klar, weil sie ja gefangen genommen worden sind. Omega war die Einzige. Die ist... Ist sie nicht sogar noch beim Schiff geblieben oder so? Anfangs... Ja. Sie hat ja den Kommunikator von Crosshair gekriegt. Und da dachte ich mir schon so, sie müssen jetzt wirklich bei jedem einzelnen Ausrüstungsstück erwähnen, dass es Crosshair gehörte. Das stört mich irgendwie, weil so das Bad Batch kann ihn nicht vergessen. Ja. Und ich denke, da kommt noch ein großes, 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 großes Finale mit Crosshair, wo er dann vielleicht die Seiten turnt. So. Haben wir, glaube ich, schon mal vorher gesagt im Podcast. Ich glaube, das war die letzte Folge, letzte Podcast-Folge. Wer die noch nicht gehört hat, nochmal reinhören. Sollte man eigentlich gemacht haben. Wer treu ist, macht das einfach. Und dann hat ja Omega versucht, die die ganze Zeit zu kontaktieren, genau. Hat aber kein Signal gekriegt und hat dann gesehen, dass sie gefangen genommen worden sind. Korrekt. Und dann hat sie sich ja irgendwie hinauf da an so einen Steinabhang geschlichen oder so, glaube ich war das, und ist dann da irgendwie runtergeklettert, oder? Genau, sie hat sich auf diese Gebäude irgendwie, ist hier irgendwie raufgeklettert und dann hat sie ja, ich weiß gar nicht mehr genau wie, ah, sie hat Mochi befreit, genau. Sie hat den Käfig entdeckt und hat Mochi befreit, wodurch sie dann ja die Chance hatte, der Bad Batch ihre Ausrüstung wieder zu geben. Ein großes Tam-Tam-Plot-Twist. Mochi ist ein Rancor und es ist der Rancor aus Episode 6. Jawohl! Ey, ich fühl das so hart, ne? Ich hab das auch so gefühlt. Ey, ich fand's so cool. Vor allem dieser kleine Baby-Rancor, den fand ich so lustig irgendwie. Das war wieder so, okay, wir müssen jetzt ein bisschen FSK 6 machen, aber müssen auch wieder so schauen, dass wir das wieder beides unter einen Hut kriegen. Das fand ich wirklich cool. Ja, aber das mit dem Rancor fand ich sehr cool, so wie der wieder abgegangen ist und so. Auch wie er gezähmt worden ist, auch später. Ja, das nämlich genau, dann haben wir ja die, ähm, Mochi rennt ja los und will abhauen. Äh, sie befreien die anderen Sklaven, die ja noch gehalten wurden. Genau, und kämpfen gegen die Zygerianer. Genau, kämpfen gegen die Zygerianer. Mit den Laserpeitschen. Ja, die meisten... Da haben wir doch auch so ein episches Stand-Off gegen... Ja, ja. Nur der Anführer hat die Peitsche, die anderen haben... Genau, ja, ja. Der mit dieser komischen Narbe, der ein bisschen aussah wie so eine, äh, Real-Life-Katze. Wie so eine CGI-Katze. Daraufhin bringt Echo ja die, ähm, Echo und Omega, genau, bringen ja die, die Sklaven, die Befreiten, zu den Speedern, wo Echo ja die anderen wegbringt und dabei entdeckt Omega diesen, ja, diesen Laser, dieses Laserpfeilgerät, womit die ja die Pfeile verschießen und nimmt das mit. Ich bin mal gespannt, ob das noch, äh, irgendeine Tiefe bekommt. Ob das jetzt die Waffe von Omega wird oder ob das einfach nur so, oh ja, cool, nehm ich mit und jetzt liegt das da irgendwie dauerhaft im Schiff rum, werden wir sehen. Was ist das denn für ein Speeder? Und den Speeder, den kennen wir ja. Jonathan, das ist ein Speeder von den Piraten von Hondo. Das ist natürlich richtig, das ist mir tatsächlich gar nicht... Echt nicht? Alter, das fand ich auch cool. Ja, doch, stimmt. Ja, ich denke mal, das wird halt so ein, so ein geläufiges Ding sein einfach, ne? Ja, ist halt einfach ein Speeder, so. Das hat keine große Bedeutung, so. Obmantel ist ja auch keine Kernwelt oder so, Obmantel ist ja im Midrim, glaube ich. Wenn mich nicht irre, müsste er im Midrim sein. Also macht es schon Sinn, dass das solche Speeder sind. Ja, wenig Gewalt von der Republik da gehabt, so. Ne, doch, sie wurde ja, sie wurde von den, ähm, Korrelianern, glaube ich, kolonialisiert. Und dann wurde es ja als Depot und so ein Planet halt benutzt, ne? Ah, okay. Kein, aber ich glaube kein direkter Rohstoffgeber oder sowas. Aber schon unter republikanischer Kontrolle, soweit ich weiß. Aber nicht sonderlich, da hast du schon recht. So, die, ab, ab dem Midrim wurde die republikanische Kraft ja immer schwächer. Genau. Genau, dann haben wir Echo, der die Sklaven befreit, äh, die Sklaven wegbringt. Und während Wrecker, Tech und Hunter Mochi folgen, die sich durch alle Zigerianer durchprügelt. War da nicht sogar davor, dass Tech mit den Sklaven gesprochen hat und die ihm dann erklärt haben oder irgendwem anders erklärt haben, das ist Mochi? Nee, das war als Mochi ausgebrochen ist. Da ist doch Wrecker zu dem Kind hin, hat gesagt, ja Mochi, oder irgendwer ist zu dem Kind hin, hat gesagt, ja komm, wir retten dich Mochi. Und dann hatte, ähm, Omega ja Mochi befreit und dann waren die so, naja, mein Kind ist nicht Mochi, das ist Mochi. Haben wir auf den Rancor gedeutet und dann wussten sie so, okay, der Rancor ist Mochi. Während der Zeit ist, glaube ich, dann, äh, Bip Fortuna eingetroffen, glaube ich. Genau zu der Zeit müsste es sein. Oder ein bisschen später. Ein bisschen später, genau. Das hat, fand ich auch sehr interessant, so, weil da muss man, okay, das ist der Rancor von Jabba. Das erste Mal, das erste Mal, den wir Bip Fortuna animiert. Fand ich sehr gut, muss ich sagen. Fand ich auch cool. Fand ich sehr, sehr gut. Auch die, die gamoreanischen Waffen, Waffen, Wachen, genau. Ich bin ja sowieso ein Fan von Jabba's gesamten Komplex da, den Jabba's Palast, Tatooine. Ja, ist auch sehr cool. Das finde ich verdammt cool. Ja, ich finde auch, ich persönlich finde die gamoreanischen Waffen halt einfach geil. So diese riesigen Schweine einfach. Deswegen, Episode 6, der beste Star Wars Film. Genau, aber der kommt ja an und macht bei Sid nochmal Druck, dass er den Rancor haben will. Ja. Und während das passiert, haben wir eine, muss ich sagen, sehr geile Szene. Und zwar, wie Wrecker gegen Muji kämpft, weil Tech sagt, ja, du kannst nur Kontrolle über ihn kriegen, indem du das Alphatier bist. Und das Alphatier muss gegen ihn gewinnen. Das fand ich sehr lustig. Dann ging es ja los, dass die beiden sich geprügelt haben. Und dann haben wir so einen kleinen Cut zu Echo, wie die Slaven abhauen. Und dann fährt Echo ja dahin. Und dann scheint es ja schon eine ganze Weile zu gehen, weil Muji und Wrecker sind beide todmüde und fallen auch nur noch um. Und Muji schläft dann irgendwie ein oder so. Ja, genau. Und dann so, wann schläfst du endlich ein? Und dann haben wir wieder den Cut zu Bip, der nochmal Druck macht und gerade, ja, ein bisschen Alarm machen will, als da draußen Muji hört. Und dann kam ja die Bad Batch mit Muji an, während Omega auf dem Rancor ritt. Das fand ich ganz lustig eigentlich. Oh, das habe ich noch nicht gesehen. Genau, dann Bip und die Gamoriana hauen ja mit Muji dann ab. Die Credits lassen die ja noch da. Ja, also, weil erst war ja Bip so nicht überzeugt, also so kam das rüber so. Ja, ja, das hat nicht überzeugt, dass er das schaffen. Genau, und dann hat er denen ja diese kassettenförmigen Credits gegeben, die sahen aus wie Filmkassetten. Ja, ja. Also die Verpackung so, diese Koffer. Ja, genau. Daraufhin bittet Zidja Hunter nur rein und zeigt ihm, okay, das ist Fennec Shand. Jetzt ein Punkt, den ich sehr cool fand. Sie ist ganz frisch im Geschäft, so. Das fand ich sehr interessant, dass sie jetzt gerade angefangen hat als Kopfgeldjägerin. Das fand ich sehr cool. Und der Auftrag wurde persönlich gegeben. Ja, Gesicht zu Gesicht. Genau, das heißt, sie konnte durch die Gilde nicht herausfinden, wer den Auftrag erteilt hat. Und dann gibt sie Hunter die Credits und bietet ihm an, noch mehr Jobs zu machen, nachdem sie halt gesagt hat, ja, wenn du auf der Flucht bist vor so mächtigen Leuten, brauchst du Credits und Freunde. Vor allem Credits. Und sie bittet ihn dann ja an, dass sie für Credits immer wieder Jobs machen können bei ihr. Da habe ich jetzt auch schon gedacht. Vielleicht sehen wir sie wieder. Ich gehe stark davon aus. Ich gehe sehr stark davon aus, dass die Bad Batch dann nochmal seltener Jobs macht. Ich habe noch einen kleinen Input für Fennec. Und zwar hat, glaube ich, der Direct oder so, wie die heißen. Das ist so ein Portal. Die haben ungefähr ermittelt, wie alt sie jetzt ist. Und sie müsste ungefähr 28 sein. In Bad Batch oder? Ja, in Bad Batch. Weil sie in Mandalorian irgendwie irgendwas mit 50 ist. Ja, okay. Ja, das macht ihr auch. Ich glaube, kommt hin. Bei Ning Ma... Ning... Ning... Ma... Ming-Na-Wen. Ming-Na-Wen. Ach, keine Ahnung. Zungenbrecher des Todes. Ming-Na-Wen. Die Schauspielerin selber ist ja auch irgendwie 50 oder so, 53, glaube ich. Ja, die ist ein bisschen über 50, ja. Ja, das ist... Wenn man jetzt daran das Alter misst, wäre okay, wäre interessant, muss ich sagen. Ich gehe aber davon aus. Das macht das Ganze interessant so, weil... Ich frage mich halt jetzt, kriegen wir in Bad Batch mehr von Fennecs Geschichte? Oder kriegen wir in Book of Boba Fett mehr von Fennecs Geschichte? Ich würde ja beides cool finden. Ja. Ja, da sind wir uns wieder einig. Vor allem, weil Disney endlich mal wieder eigene Charaktere erfinden kann und diese auch gut umsetzen tut. Ich würde jetzt nicht sagen, dass sie Rey komplett verkackt haben, aber bei Rey weiß man, dass sie keinen Plan hatten. Und das hat J.J. Abrams, glaube ich, letztens in einem Interview, was, glaube ich, gestern oder vorgestern rausgekommen ist, selber gesagt, dass er es schön gefunden hätte, hätten sie einen Plan gehabt. Ja, das war halt auch alles sehr gerusht, muss man zugeben. Also so hat es gewirkt. So hat es einfach gewirkt. Aber man muss sagen, jetzt mit Filoni und allen an Bord, so die ganze Entourage und alles. Ich würde es auch nicht schlecht finden, wenn sie Abrams nochmal zurückholen. Ich hätte kein Problem damit. Weil Abrams, ich finde, ich bin ein kleiner Trekkie-Fan, bisschen, bisschen. Aber er hat die Star-Trek-Filme echt gut gemacht. Er hat auch die alten Charaktere richtig gut mit eingebunden. Das ist jetzt die richtige Grauzone, wo ich hier rede. Das ist jetzt die richtige Grauzone, wo ich hier rede. Aber nicht Star Wars. Das weiß ich. Okay, gut. Aber was ich halt sagen muss, also... Wenn ihr einen Star-Trek-Podcast wollt, alle Daumen hoch. Alter, da bin ich dann aber raus. Nein, Spaß. So kann ich mich auch nicht aus. Also, J.J. Abrams hätte ich ja an sich auch nichts gegen. Wenn wir dann aber halt einen Filoni als Schreiber haben. Ja. Er sollte es auch nicht schreiben. Er sollte Regisseur sein. Ja. Also Filme machen, ja. Ja. Aber das war's. Ja. Einfach nur das umsetzen, was im Buch steht. Und gut umsetzen, was er an sich ja kann. Als Regisseur. Aber mehr nicht. Aber jetzt nochmal, um auf Mando, wollte ich gerade sagen. Um auf Bad Batch zurückzukommen. Diese Sid. Oder wie die heißt? Sid? Richtig? Ja? Jetzt muss ich an Ice Age denken. Ach, Mann. Gut, warte. Lass mich mal kurz überlegen. Genau. Sie werden wir, denke ich, definitiv nochmal sehen. Vor allem in den späteren Folgen. Kann ich mir das vorstellen. Weil das Bad Bridge, denke ich mal, wird sich mehr zu einem Kopfgeldjäger-Trupp wandeln. Und dass der weiter zerstreut, weißt du? Also am Ende der letzten, also am Ende der ersten Staffel werden sie nochmal alle zusammenkommen. Crosshair wird sterben. Wird den Heldentod sterben. Einer wird Heldentod sterben. Und dann werden wir das so haben, dass sie sich alle irgendwie zerstreuen und in der nächsten Staffel wieder zu sich finden müssen. Ja, das klingt gut. Ich muss aber, also, ja, das doch, das klingt gut. Also Sid wird auf jeden Fall nochmal vollkommen, ob diese Staffel oder in der nächsten Staffel. Aber ich bin mir auch zu 100% sicher, dass sie nochmal vollkommen wird. Deine Idee mit, dass halt jemand ein Heldentod stirbt und sie alle sich quasi aufteilen. Ja. Aber es wäre hart. Also, ich sehe, was du, also ich verstehe, was du damit meinst, aber die Bad Batch ist halt schon immer zusammen. Darum wäre eine Trennung schon hart, also echt hart. Du merkst es ja auch schon mit Crosshair, wie hart das schon ist. Ja, eben. Immer diese Andeutung, ja, es hat Crosshair gehört. Und Crosshair hätte es auch gewollt, dass du das kriegst und sowas, so nach dem Motto. Also, weißt du? Ja. Und man merkt ja auch, ich würde mich freuen jetzt nochmal auch einen Ausblick auf die nächste Folge, wenn sie nochmal Crosshair zeigen, wie er jetzt mit den ganzen Situationen umgeht. Weil wir haben jetzt immer wieder das Bad Batch gekriegt. Na gut, dritte Folge war natürlich wieder Crosshair seine Folge. Aber das war echt eine Meme-Folge, so. R2, we must go up, not down. Weil die Folgen immer kürzer werden. Ja, ja, das ist halt wirklich. Aber um zu einem Thema zu kommen mit dem Heldentod. Ich muss sagen, ich würde es selber nicht feiern. Aber ich kann mir auch vorstellen, dass ein Tech oder ein Wrecker stirbt. Ja, Echo, glaube ich, killen die nicht so schnell. Nee, 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 Echo, glaube ich auch nicht. Das ist zu frisch. Allein, weil Echo ein Ziviloutfit bekommen hat. Einen Wrecker kann ich mir echt gut vorstellen. Ja. Oh, da habe ich noch was. Da fällt mir auch noch was ein. Sonst spreche ich erst mal aus. Na ja, das Ding ist halt, ich könnte mir Wrecker oder Tech am ehesten vorstellen. Oder halt Crosshair. Also Crosshair ist halt so der offensichtlichste. Weil das Ding ist so, bei Tech und Wrecker wäre schon ein ziemlich harter Verlust und würde die ganze Serie auch nochmal so umpolen. Weil Tech ist halt so das Brain der Gruppe. Wenn der wegfällt. Wrecker ist die Muskelkraft der Gruppe. Hm. Schwierig. Crosshair gehört nicht mal mehr zur Gruppe. Weil er könnte wieder zur Kurzzeit wiederkommen und einfach den Helden tot sterben. Muss ich sagen, finde ich am realistischsten. Ähm. Aber ich bin sehr gespannt. Jetzt bin ich auf deine Idee gespannt. Genau. Also ich habe zwei auf jeden Fall. Aber die zweite passt nicht mehr so richtig mit rein. Deswegen lasse ich die, glaube ich, weg. Ähm. Die eine auf jeden Fall, die mir noch eingefallen ist, ist, dass Wrecker in der fünften Folge ab und zu von Kopfschmerzen geplagt ist. Und das ist jetzt natürlich Spekulatius-Kickstyle hier wieder. Aber ich denke, dass es was mit dem Inhibitor-Chip zu tun hat. Weil warum sollte Wrecker jetzt out of nowhere einfach Kopfschmerzen haben? Gut, jetzt kann man das einfach so begründen. Ja, er hat einfach Kopfschmerzen. Muss er jetzt einfach eine Kopfschmerztablette nehmen? So, aber... Ich... Ja, I see what you did there. Ich würde es vor allem in Verbindung mit dem Move von Fennec bringen. Fennec hat ihn ja ausgetrickst und gegen die Wand geknallt. Und ich kann mir nämlich vorstellen, wie du gerade schon sagtest, dass das was mit dem Inhibitor-Chip zu tun hat. Durch quasi der starke Knall, den Wrecker da in der Kanalisation erleiden musste oder in dem Wartungstonnel oder was das war, dadurch ist wieder irgendwas mit dem Inhibitor-Chip los. Das kann ich mir wirklich vorstellen. Und vor allem der große Mächtige muss ja auch irgendwie einen Fehler oder eine Schwäche haben. Siehe Hulk. Ja, es wurde ja auch schon... Sie haben es ja auch schon gesagt, wo Wrecker gegen Muji gekämpft hat, dass er nachlässt. Sie haben gesagt, er lässt nach. Ich weiß nicht, ob das nur so ein Spruch war, so ein bisschen Slapstick, oder ob das wirklich Tiefe hat. Ja, dass er schwächer wird durch den Inhibitor-Chip vielleicht. Sowas. Oder dass er viel weniger Ausdauer hat. Oder seine komischen Mutationen zurückgehen, weißt du? Oder nachlassen. Ja, aber das ist halt wieder sehr, sehr viel Spekulation. Da bin ich aber sehr gespannt. Aber ich verstehe deinen Gedanken dahinter, definitiv. Und damit möchte ich eigentlich das Ganze beenden mit diesem Schlusswort. Weil wir sind ziemlich über der Zeit. Wir haben wieder gute 41 Minuten gequatscht. Wieder eine lange Folge vor euch rausgehauen. Damit würde ich dann einfach sagen, ich hoffe, es hat euch gefallen. Mir hat es heute ziemlich viel Spaß gemacht, vor allem seit langem wieder darüber zu reden. Die Pause hat mir auch irgendwie ein bisschen gut getan, muss ich sagen. Irgendwie dennoch, ja, Episode 1, muss ich jetzt sagen, muss man sich ein bisschen durchquälen. Aber schafft man irgendwie für euch da dann die Podcast-Folge rauszuhauen. Wir sind am Skriptschreiben, beziehungsweise Stichpunkte schreiben. Einfach die Beschreibung nochmal abchecken. Da ist der Linktree. Einfach bitte raufklicken. Einfach auf Discord, einfach auf Instagram gehen. Auf YouTube. YouTube ist echt wichtig, weil bei den ganzen Podcast-Sachen, hier auf Spotify und so, gibt es leider keine Kommentarsektionen, genauso wie keine Likes. Die Folge wird parallel nämlich auf YouTube erscheinen. Dort könnt ihr eure Meinung posten, was ihr meint. Vor allem die Fragen beantworten, die wir euch gestellt haben. Jetzt wird noch Spotify erscheinen. Genau. Alles Link in der Beschreibung, würde mich freuen. Und damit übergebe ich an meinen Podcast-Partner. Ja, ich hoffe, die Folge hat euch natürlich gefallen. Ich muss auf jeden Fall nochmal zurückgeben. Die Folge hat sehr viel Spaß gemacht. Definitiv. Und ich hoffe, euch hat es gefallen. Ich meine, I mean, neue Podcast-Folge. Natürlich hat es euch gefallen. Nein, Spaß beiseite. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Und ich verabschiede mich dann bis zur nächsten Folge. Genau. Euch noch einen schönen Tag, schönes Wochenende, schönen Morgen, schönen Abend, was auch immer. Haut rein. Bis zum nächsten Mal. Ciao. Ciao. Ciao.